So, Leute, willkommen zu einem neuen Let's Show oder eventuell vielleicht jetzt in Zukunft auch ein Let's Play, je nachdem wie lang dieses Spiel geht. Es ist Repeat und ich habe einen Gast dabei. Genau, ich mal wieder. Ich mal wieder. Ja, den Schmacki-LP, den kennt man ja schon. Und ich habe dieses Spiel bekommen, gewonnen, von einer Verlosung, wie auch immer, von eindeutig nicht Sebi, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Man wird natürlich den Link unterhalb in der Videobeschreibung wiederfinden, da könnt ihr raufgehen und ja, den hast du mir ja nahegelegt, glaube ich, weil du hast ja mal auf einen Stream hingewiesen von ihm. Ja, ich habe den, glaube ich, von Tommy dann bekommen, den Stream. Auf jeden Fall, fangen wir mal so an, weil ich habe das Spiel bekommen und dachte mir so, ach, als Let's Play oder Let's Show ist bestimmt geil. Schauen wir mal. Ah, perfekt. Star-Stuelt-1-Dingens. Das sieht schon mal aus wie Super Meat Boy irgendwie. Oder Super Mario. Ja, ich kann zwar in Tastatur, aber scheiß drauf, scheiß drauf, ich verwende Controlo. So, mein Name ist Pete. Okay, Vollgas gibt es nicht. Oh, wenn ich das Steuerkreuz nach oben drücke, kann ich auch springen, alles klar. Achso, es gibt Zeit, was kann ich da? Hoppla. Okay, nach oben ist Y ist Menü, rechts ist nichts, das heißt, ich kann springen, links, rechts und das Menü, okay. Okay, I like the Collections, go them. Errungenschaft reicheschlagen, klar, geil. Press Rescape to Ready Level. Was I need to continue? Moment, wo ist es? Moment, muss ich mal escape? So, jetzt aber schnell hier. Das ist ein komischer Errungenschaften. Kriege ich jetzt was anderes? Nee. Der Sound klingt voll retro-lag, okay. The Good Moving and Jumping, äh, irgendwas. Just kidding. Time, Gems. Also, offensichtlich brauche ich drei Häkchen. Und die ganzen Gems hier. Also, Gems ist ein Häkchen, die Zeit ist zwei. Und noch hier etwas ausdrückt da. Was? Collect six Gems. Ah, dann kann man Bruns bekommen, irgend sowas. Ähm, ja, Zeit, ich war nicht schnell genug. Ja, irgendwann wird's doch rot, die Zeit. Ach, da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Na toll, ich hab nach unten gedrückt und es geht gleich weiter, hm? Was? Press Space to Walk the... Press Space Again. Ah! Das ist geil, Moment. Ich kann mich klonen und auf mich selber draufstellen, oder wie? Interessante Technik. Ey, Moment. Moment, wenn ich... Okay, ich klone mich, indem ich gedrückt halte. Dann, wenn ich kurz drücke, passiert nix. Ne, jetzt klone ich mich nochmal. Wie ist denn der jetzt gesprungen? Hm, irgendwie seltsam. Ja, irgendwie wird's schon klappen. Oder vielleicht muss ich... Ey, bleib stehen. Das ist, äh, ja, der eine bin ich, der andere ist schmackig. Sind wir ja ein perfektes Team hier. Ja, das muss der Muster jetzt machen. Sieht aber interessant aus, das Spiel. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lang das geht. Aber der Sound ist voll Retro-like. Wieder keine Zeit, ja, ähm, egal. Ich versuch's einfach mal so zu zocken. Schau'n wir mal, wie weit ich komme. Schau'n wir mal, wie lang das letzt, äh, show wird. Ach, shit. Moment. Ja, das wird... Ja, das war die Zeit. Kopier dich. Ahaha! Hahaha! Ist aber trotzdem irgendwie interessant. Ich frag mich, wann ich das erste Mal sterbe. Wahrscheinlich jetzt irgendwann. Ja, das sind doch alles Tutorial-Level. Ja. Ist grad mal Welt 1. Was ist mit der Kiste da? Ach so, da ist das Ziel. Ja, da ist das Ziel. So, zweimal kurz drücken, weil bei einmal, da geht die Zeit da rum. Press Space to Repeat. Moment, Space ist doch die Leertaste, oder? Hä? Nein, das ist nicht Space. LR? Ne. Ach so. Warum bewegt er sich manchmal? Das verstehe ich nicht so ganz. Er hat ein Eigenleben, der komische Schatten. Was? Time to backtrack. Ja, backtracking. Apropos wegen... Ja, oah! Terranigma, das kann ich ja jetzt ruhig offiziell sagen. Denn ich möchte Terranigma natürlich nicht... ...ähm... ...unseriös gestalten. ...verkorksen lassen, oder äh, sonst irgendwas. Deswegen werde ich Terranigma natürlich aus der Pause wieder zurückholen, damit es endlich weitergehen kann. Und ich werde nicht so wie die ersten, ich glaube sieben Parts waren das, werde ich es nicht so enden, sondern ich werde es jetzt anders angehen. So wie man Terranigma eigentlich... Ich habe einen Legend vergessen. Okay, egal. Ich kann dir mir das nicht vorstellen, du hast alle eingesammelt. Ja, aber warum habe ich kein Hähkchen bekommen? Komisch. Denn ich werde Terranigma jetzt seriös gestalten. Also so wie man... Ah, found you. Sondern so wie man Terranigma eigentlich spielen sollte mit Stil und Eleganz. Weil das, was ich da zuerst gemacht habe, deswegen werden Sacker flechten und so weiter. Ja, ist klar, aus Ehre vor dem Spiel, ja. Natürlich. Das ist auch der Grund, weswegen ich eigentlich eher ungern Force dabei haben möchte. Nicht, weil ich was gegen ihn habe, sondern weil ich irgendwie glaube, dass dann irgendwelche Meldungen kommen. Und teilweise habe ich ja nichts gegen solche Meldungen. Aber Force schiebt ja solche Meldungen andauernd, das kennst du ja auch. Und dann wäre natürlich wieder dasselbe Problem wie zuvor und das will ich ja nicht. Deswegen wird Schmacki dabei sein, eventuell auch Hady. Weil Hady gibt zwar auch manchmal ziemlich blöde Kommentare von sich, aber... Aber Hady hat mir in meinem Let's Play geholfen. Wir sind ja schon fast jetzt fertig und später ist er quasi Dauergast bei mir. Ja, und er weiß sich auch zu benehmen, wenn ich ihn... Eigentlich sollte auch Final dazukommen, aber dazu kam es da ja nicht mehr bei Terranigma. Ja, Final war bei meinem Terranigma dabei, aber ja... Naja, wenigstens entstanden ein paar richtig geile Momente. Vor allem einer der besten Momente... Uiuiui... Einer der besten Momente überhaupt. Also, wenn man sich allein schon den ersten und den dritten Part anguckt, dann ist... Ich glaube, alle lustigen Szenen, die man jemals bei mir irgendwo gesehen hat, werden in diesen beiden Parts vereint. Was? What happens when a repeat dies? Ähm, keine Ahnung. Ja, ich habe auch zwei Klassiker. Den Essig-Chip-Klassiker und den Hady's-Heizung-Klassiker. Was? Den Essig-Chip und den... Ja, das ist ein Insider, weil ich habe... Als Hady dabei war eine Pause gemacht, zwischendurch war mal kurz weg. Die Aufnahme lief und habe es mir später angeschaut, was ist zwischendurch passiert. Und da hört man natürlich Hady's Chips-Tüte und ein paar sehr merkwürdige Geräusche dazu. Und das war so feierlich, das konnte ich nicht rausschneiden. Das ist einfach... Das ist göttlich. Wo hast denn das aufgenommen? Errungenschafts-Frage-Schalte. Es mussten irgendein paar drin sein. Im anderen, äh, da... Ja. Beschwert es sich, weil die Heizung zu kalt ist. Es war schon witzig. Ich verstehe, wie es funktioniert. Wie viele Welten gibt es überhaupt? Schauen wir mal. Drei, vier... Vier Welten gibt es. Okay, das hat ja nicht so lange gedauert. Aber ich muss bei einem Part, glaube ich, ein Stück eines Rocks-Fuß mit dran heften, weil irgendwie ein Teil der Aufnahme schwarzbild wurde. Was ist das? Was ist der da? Ach so, nach unten. Ach so, Moment. Na gut, der Rest ist vollkommen in Ordnung vom Let's Play. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das an Marissa and Alice Trap Tower. Obwohl das ein ganz anderes Prinzip ist. Aber ich weiß nicht warum, es erinnert mich einfach daran. Ich habe übrigens auch noch vor... Ah, beeil dich! ...Marissa and Alice Trap Tower zu... Oh, wie mache ich denn das jetzt? So, let's playen. Moment, nach oben? Ähm, kannst du mal da rüber gehen und den Hebel betätigen? Ach so, jetzt bewegt es dich dauerhaft, klar. Ah, bei 6xV folgen dir teilweise die Charaktere. Hier scheint es nicht zu klappen. Ähm, ja, zumindest weiß ich nicht, wie man diesen Peach-Schatten da steuert. Denn offensichtlich kann man ihn irgendwie steuern, aber ich habe keine Ahnung wie. Aber trotzdem, das Spiel ist, äh, nice. Sieht auf jeden Fall nice aus, ja. Muss ich... Moment. Da muss ich nochmal einen Extradank aus... Wow, au... Naja, bleib da. Aussprechen an... Eindeutig nicht Sebi, von dem ich das hab. Sonst könnte ich das Spiel niemals... ... jetzt schauen. Und es ist auf jeden Fall interessant. Es hat Potenzial nach oben. Ist zwar billig aufgebaut, aber es muss beim Spiel nichts heißen. Muss ja nicht jedes Spiel ein Dark Souls oder so sein. Also nett für zwischendurch sieht's schon mal aus. Oh, Moment. Oh, Moment. Jetzt wird's schon... Jetzt wird's schwierig. Ähm, ich hab ne Idee. Der Schatten bleibt da. Naja, es geht nie. Wow, oei oi. Kann ich irgendwie switchen? Näää. New Space. New Space ist doch das da. Moment. Wieso bewegt er sich manchmal und manchmal nicht? Hm. Äh, wie mach ich das jetzt? Wow. Naja, es geht nie im Leben aus. Kann dein Klon nicht irgendwie... ... da was bewegen? Ne, Moment, zack. Naja, der Klon macht gar nix. Na los Klon, zieh den Hebel. Waaai. Ja, wenn er's könnte, wär's natürlich einfach. Aber er macht es ja leider nicht. Moment. Die Zeit reicht niemals. Da, jetzt macht er was, obwohl ich jetzt gar nichts mache. Oh, Moment, mach noch mal, aha, wow, hör auf da unten. Also kann der Klon doch was mit dem Himmel machen. Ja, aber wie habe ich das jetzt gemacht? Moment, einmal kurz drücken. Das ist aber scheiße, wenn das per Zufall ist. Vielleicht hat der Klon ja eine Befehlstaste irgendwo. Ja, aber wie? Ähm, ey, ja, ich glaube, jetzt will das Spiel, dass du mit dem Klon arbeitest. Ja, das Spiel ist, oh, die Zeit, die Zeit, 18 Sekunden. Das heißt, ich muss da wirklich herausfinden, wie es mit dem Klon geht. Gibt es da nicht irgendwie, Moment, am Anfang gibt es irgendwo ein Tutorial Level. Oder, ne, nicht Tutorial Level. Hier hat aufhört Level 2, 5. Wenn das Level 2 ist, sieht das doch schon irgendwie wie Level 1 aus. Na gut, das bleibt. Ich wollte zurück, ähm, Return to Menu. Ich hoffe ja, das Design ändert sich mal. Oh, Settings. Fullscreen? Nein, danke, Language. Spanisch! Reden wir Spanisch? Oder Französisch? Ich bin Monsieur Defarge. Oh nein, sind wir hier wieder bei der kleinen Prinzessin Sarah, wo alle möglichen Leute Französisch reden und ich nix verstehe. Ach, Mann. Nur Englisch, Französisch und Spanisch. Okay. I'm back. Ähm, ich würde gerne gucken, wie das mit dem Klon geht. Mein Name ist Pete, ich werde jetzt mal die, I like to collect gems, ja. Ich werde jetzt mal die Dings lesen, die Texte. Ja. Eigentlich bin ich gut im Bewegen und Springen, ne. Und ich mag lange Spaziergänge am Strand. Ne, Scherz. Okay. Interessanter Humor. Ähm. Ach so, das Tor aktiviert sich nur, wenn man die Gems, wenn man 5 Gems hat. Das erklärt einiges. Okay, das Teil ist aktiviert, aber da oben ist auch noch eins. Ach so, es gibt ein Sechstes als, äh, Bonus. Also sprich, dass man da 100% oder so bekommen kann. Ja, wie die Sternentüren bei Mario. Check this out. Press Space then walk to that ledge. So. Press Space again. Ach so. Ach so. Moment. Äh, Moment. Moment. Drücken, bewegen, springen, rechts. Drücken, bewegen, springen, rechts. Drücken. Okay. Ah. Ach der. Genau, das erklärt einiges. Der Klon wiederholt deine Bewegung. Ja dann, wow. Ich hätte mal den Text lesen sollen. So. Rüber gehen da. Jetzt, komm her. Schmacki. Okay, Wulff. Wuckepack. So, deswegen bleibt der hier die ganze Zeit stehen, weil ich nichts mache. Und wenn ich nur kurz gehe, dann bewegt er sich auch nur kurz. Ja, es ist wie die Voice-Taste bei WhatsApp. Ja gut, WhatsApp habe ich, äh. Solange du gedrückt gehältst, nimmst du alles auf. Ach so. Was du tust oder sagst. So. Hahaha, sieh mich an. Hahaha, sieh mich an. Hahaha, sieh mich an. Hahaha, das ist natürlich ein lustiges Gimmick. Damit kann man viele... Hallo. Damit kann man viele blöde Scherze machen. Ja, du kannst das Ding quasi programmieren, diesen Klon. Hm, ich bin Programmierer. Und kein schlechter, das ist gutes Level Design. Moment. Ach so, der kann sich das Teil ja nicht holen. Abklatschen. Hahaha. Es... Es gab ja schon damals diese Roboter, die man programmieren konnte. Diese kleinen... Ja. Programmierbaren Autos oder so. Ja, oder Japan, die... Die komischen weißen Roboter, deren Köpfe so aussehen wie so ein... Fernroh... Ne, nicht Fernroh, wie so ein... Fernglas, war es glaube ich. Ich mein, der Sound ist zwar... Naja, gut. Aber es ist egal. Es geht ja immer um ein Spiel. Und das macht Spaß. Auch wenn es... Ziemlich einfach aufgebaut ist. Mit einfachen Grafiken und so weiter. Moment. Hahaha. Schauen wir mal, ob mein Klon das auch kann. Ich war Klon. Ja, mein Klon macht das genauso. Und sogar noch besser als ich. Jetzt steht der auf mir. Jetzt meint er hier auch, ich bin hier der Meister oder wie. Weg da. Haha. Genau. Jetzt schwelt der Klon. Aber was ist mit diesen Kisten hier? Ähm... Die verstehe ich nicht. Ich... Achso. Ich dab. Genau. Deswegen. Oh. Moment. Jetzt kann ich doch wieder... Jetzt kann ich die eine Level damit mal testen. Jetzt, da ich das mit dem Klon gecheckt hab... Ähm... Die wollte ich nicht. Ich wollte die da. Moment. Zack. Zack. Nein! Warum sabotierst du mich, du scheiß Klon? Ey... Hör auf, mich zu sabotieren. Ja, du kommst ja nicht raus. Ey, du sollst bei mir erscheinen. Hör auf! Damit kann man viele dumme Facks machen. Ist ziemlich lustig. Ist zwar nur ein kurzes Spiel mit vier Welten, aber... Ein Tor. Ich wette... Geht es wieder zu? Ja, klar. Es geht wieder zu. So... Mach auf! Scheiß Klon. So, drück ich eben öfter. Mach auf! Warte! Geil. WTF?! Oh! Hm. Du hast ja gut gescriptet. Ich komm nicht mehr raus! Hahaha! Ich würde sagen, du hast dich festgeglitscht im Boden. Geil! Ähm... Ja, nicht mal mein Schatten kann mir jetzt mehr helfen. Aber ich komme noch raus. Momentan eine Teleportation. Wupp. Zum Glück gibt es diese Funktion. Und ich denke, so gegen Ende nochmal einen schönen Glitch ausgelöst. Hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, das war Repeat. Ich komme mal bis vorhin. Eindeutig nicht Sebi. Eindeutig nicht Sebi. So heißt er. Unterhalb findet ihr natürlich den Link zu seinem Kanal. Zu seinem YouTube-Channel. Und auch dem von Schmack.LP natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. Ciao.